Felix Schum gegen Arslan gewonnen oder Arslan gegen Felix Schum? Arslan gegen Felix Schum oder Felix Schum hat gewonnen? Felix Schum hat gewonnen, aber gegen Doping und so ein Scheiß. Aber er ist jetzt gewichtig dagegen vorgegangen. Der letzte Kampf wollte er in Boston sein. Nur wenn ihr wisst, an wie vielen Kämpfen wir teilnehmen. Ja, Felix ist unser Lanzmann. Kalle ist auch nach Fonds gefahren. Das ist unser Lanzmann.